In diesem Video bauen wir zusammen das UND-Gatter aus Konrad-Zuhs Z1 nach. In diesem Gatter gibt es zwei Eingänge und einen Ausgang. Die Eingänge wirken nicht direkt auf den Ausgang, sondern erst ein Takt sorgt dafür, dass der Ausgang in Abhängigkeit der beiden Eingänge geschaltet wird. Der Takt wechselt von Null auf Eins und während der Eins-Phase liegt dann das richtige Ergebnis der UND-Operation an. Schauen wir uns das einmal an, kurz. Im Moment sind beide Eingänge auf Null. Kommt der Takt und geht auf Eins, dann wird dieses Kopplungsblech hier nicht mitgeschoben und insofern findet keine Übertragung vom Takt auf den Ausgang statt. Ist der untere Eingang Eins und der obere Null, findet erneut keine Übertragung statt. Ist der obere Eingang Eins und der untere Null, dann nimmt das Kopplungsblech den Ausgang nicht mit. Und erst wenn beide Eingänge Eins sind, findet eine Übertragung vom Takt auf den Ausgang statt. Und wir haben die Unverknüpfung. Denn nur wenn beide Eingänge Eins sind, liegt auch im Ausgang während des Eins-Takts eine Eins an. Ja, der Nachbau ist relativ einfach. Zunächst einmal setzt man einen Baustein 15 mit einem Zapfen hier an die Position L7. Schiebt den richtig tief rein. Und dann zwei Bausteine 30 auf die Position L9 und L5. Aber die nicht ganz rein schieben. Denn diese Eingangsbleche, die müssen gut gleiten. Man darf sie nicht so festklemmen, dass man hier kaum noch schieben kann. Hier hinten auf Position G6 der Platte und auf Position G8 kommen Bausteine 5 als Anschlag für diese Bewegung. Und auf den einen, hier auf die Position G6, kommt ein Baustein 30, der aber ein ganz kleines bisschen nach da versetzt wird, damit gleich das rote Kopplungsblech vernünftig gleiten kann. Dann haben wir hier die Eingangsbleche. Die sind relativ einfach aufgebaut aus Grundbausteinen 30 und einer solchen Bauplatte. Und da müssen wir darauf achten hier, dass dieser Baustein ein kleines bisschen nach oben versetzt ist. Hier also so halben Millimeter bis Millimeter nach oben rausgeschoben ist, damit da drin dann auch das Ausgangsblech bzw. das Taktblech gleiten kann. Ja, dann haben wir das sogenannte Kopplungsblech hier. Da habe ich zwei Bausteine 15 mit einem Verbindungsstück verbunden und dann so einen kompletten Rahmen drumherum gebaut, der ein ganz klein bisschen auseinandergezogen ist. Wieder damit hier und da Bausteine eingreifen können, ohne dass es klemmt. Der wird jetzt einfach hier so lose raufgelegt. Dann haben wir einmal dieses Ausgangsblech, sagen wir mal. Einen Baustein 30, Einen Baustein 15. Diesen Baustein 30 ein ganz klein bisschen höher machen da. Man sieht das hier vielleicht halben Millimeter, Millimeter über. Damit er über diesem roten Kopplungsblech schwebt und nicht von ihm unfreiwillig mitgenommen wird. Und dann kann der schon eingehakt werden. Genauso aufgebaut ist das Taktblech. Hier ein bisschen höher, dass der Gelbe darüber steht. Ja, und schon ist das Gatter fertig. Man kann auch hier die Markierung für die Nullen und Einsen anbringen und dann nachvollziehen, wie Konrad Zuse sich das gedacht hat mit seinen Gattern. Problematisch daran sind diese ganzen 90 Grad Drehungen, die man braucht, um dann von hier vom Ausgang wieder auf die nächsten Eingänge zu kommen. Das macht die ganze Verschaltung der einzelnen Gatter recht kompliziert. Aber um einen Einblick zu kriegen, wie die Maschine funktioniert hat, ist das Gatter hier schon ganz gut geeignet. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.